Herzlich willkommen im Schnee, herzlich willkommen in Tirol, herzlich willkommen bei Kitschi. Mein Name ist Christian Flür. Vor 25 Jahren habe ich meinen ersten Ski-Weltrekord in Obertauern mit 68 Stunden 23 aufgestellt. Im Winter 2024, 2020, 2025 ist das ganz genau 25 Jahre her. Zeit für ein Jubiläum. Und bei dem Jubiläum wird es einen 14. Weltrekord geben, hier bei Kitschi. Kitzbühel ist der Ort des bedeutendsten Ski-Rennens der Welt, die Streif. Hier werden Legenden geboren, hier werden Karrieren beendet. Denken wir an Skilegenden wie Felix Neureuther, Masse Hirscher oder auch den Streckenrekordhalter Fritz Strobl. Es ist Zeit für einen neuen Weltrekord. Zeit für einen Weltrekord bei Kitschi. Ende Januar 2025, direkt nach dem Hahnkamm-Rennen. Merkt euch den Hashtag Kitschi2025WR14. Wir sehen uns bei Kitschi, im besten Skigebiet der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017